Diese News verkünde ich besonders gerne. Und zwar darf ich ankündigen, dass wir in Zusammenarbeit mit XCTracer dieses Gerät ans Live-Tracking von Burner anhängen. Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie das funktioniert. Viel Spass! Den XCTracer Max zu verbinden mit der Burner Map App auf dem iPhone ist ganz einfach. Einfach den XCTracer einschalten, warten bis der Ton ertönt und dann ist es vollautomatisch, sieht man da unten das Bluetooth-Icon und schon ist es verbunden. So einfach funktioniert das. Um das zu tun, braucht es die neueste Version der Burner Map App, geht im Moment nur für iPhone, sowie eine Beta-Version des XCTracers. Diese kann man bei mir erhalten, auf Wunsch. Sobald der XCTracer Max dann GPS-Empfang hat, wird er automatisch auf der Burner Live-Tracking-Seite erscheinen. Dies unter live.burner.cloud. Es ist auch so, dass der XCTracer Max, sobald er losfliegt, wird dieser Status ebenfalls an die Burner Map übermittelt. Das heisst, man sieht dann ein Gleitschirm-Icon. Und dasselbe gilt auch, wenn man wieder landet, dann wird es wieder zu einem Fussgänger-Icon. Aber damit ist noch nicht fertig. Die Burner Map fragt, sobald man gelandet ist, ob man gut gelandet ist. Das sieht dann genau so aus. Und zwar, direkt auf der Home-Seite fragt das iPhone, Live-Tracking-Status auf gut gelandet setzen. Wenn man das mit Ja bestätigt, dann ändert der Status auch auf der Burner Live-Tracking-Seite auf dieses Symbol mit dem grünen Hählchen. Und das ist wirklich aus meiner Sicht eine geniale Sache. Und zwar arbeiten so mehrere Systeme zusammen. Einerseits haben wir beim XCTracer Max Flarm. Das heisst, er wird über OGN-Bodenstationen empfangen und wird so dann auf die Burner Live-Tracking-Seite weitergeleitet. Aber oft hat man im Landebereich oder auch in schwierig zugänglichen Tälern nicht zwingend immer Empfang mit Flarm, also OGN. Das bedeutet nun, wenn dieser XCTracer Max verbunden ist mit dem Burner Map App, dann wird dieser Track lückenlos. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel irgendwo durch ein Tal fliege, wo ich zum Beispiel sogar nicht mal Mobilfunkempfang habe, und dann etwas später habe ich wieder Mobilfunkempfang, wird der Track, der dazwischen entstanden ist, wiederum an die Burner Map übermittelt. Und das aus meiner Sicht ist wirklich eine geniale Sache. Und die, die das immer wieder wollten, die können das nun haben. Meldet euch dazu bei mir. Ihr kriegt eine Beta-Version dieses XCTracers und könnt das mal testen. Und nun hoffe ich, das gefällt euch und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis bald.